Ein Sieg wirkt natürlich immer positiv und es hat eine bestimmte Erleichterung gebracht. Für uns ist nur wichtig, dass diese Erleichterung und auch das Gefühl, dass wir Punkte und zu Null spielen können, dass uns das wieder auf das gleiche Niveau mindestens bringt, weil Rapid ein besserer Gegner sein wird als Wattens. Das Nachlegen ist für uns morgen wichtiger als die letzten Punkte letzte Woche.